Wie auf die Knie! Der Bernd, unser Fußballlehrer, ist echt ein klasse Mann. Bei aller Ehre, er doch nicht alles kann. Als die Karawane über den Brenner zog, ging alles glatt. Doch direkt am Ziel, beim Rückwärts-Einparken, macht der im Auto die rechte Seite Platz. Ansonsten bist du echt ein toller Motivator und Taktik-Fuchs. Alles andere kann man auch mit 50 noch lernen. Das sei im Fall kein Luchs. Kommen wir mal zum Viertel. Den Viertel kann man eigentlich gar nicht genug loben. Ich sehe es mehrmals in der Woche von oben. Du rennst zum Training von der ersten und von der zweiten. Auch die Spiele sind dank deiner Vorbereitung leicht zu leiten. Deine Homepage ist wie immer klasse. Viele Infos. Oh je. Oh je. Oh je. Immerhin. Viele Infos. Gute Bilder. Das, lieber Viertel, unterscheidet dich von der Masse. Trotz allem Ärger, Viertel, man sieht es dir an. Allen recht getan. Ist eine Kunst, die niemand kann. Drum sehe manches locker und sei nicht so verbissen. Mach weiter so. Das würden sonst vieles vermissen. Am Samstag vor acht Tagen habe ich es richtig genossen. Da wurde ein 100. Geburtstag richtig begossen. Die beiden sind nämlich 50 Jahre und noch richtig fit. Bei Hachsler und Bier feiern alle Trainer der SGI bis zum Morgengrauen mit. Habt ihr beiden für eure Großzügigkeit zum 60. Habt dann ihr beiden für eure Großzügigkeit zum 60. Nehmen wir uns auch gerne wieder Zeit. Ja, da brauchen wir so zum Schumpfungsgespräch einladen. Videobeweis, Videobeweis. Ja, ne, das ist, vor jedem Stadtteil kriege ich recht.